Wir haben übrigens heute ein ganz großes Potpourri, nicht? Wir haben ein ganz, ganz großes Potpourri an Feingefühl heute. Ei, 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 ei. Die Frage ist jetzt für Sie da draußen, möchten Sie richtig schöne Aldente am Ende haben oder zwischendurch auch mal eine kleine Aldente? So eine richtig schöne Nudel. So eine richtig schöne Nudel mal zwischendurch? Wo sind wir denn? Oi, meine Damen und Herren. Sie werden es ja nicht glauben. Wir waren heute schon mal da. Wir waren heute schon mal da. Wir haben uns heute schon mal umgeholt. Aber jetzt, jetzt ist es einfach, jetzt ist es der, der Moment ist es jetzt. Es ist warm. Blauhelme. Zwiebacksäge ist am Knattern. Und wir sind wieder mal auf Valencia unterwegs. Der Asphalt glüht. Man könnte sich ein Spiegelei auf der Straße machen. Wir sind so im guten Mittelfeld unterwegs. Da wird, da kommt es so zum Handgemenge. Da kommt es zum Handgemenge. Und gerade Valencia prädestiniert für Handgemenge. Ja, es ist super eng. Jeder will so das Maximale für sich rausholen, damit man schön viel Platz hat und gut die Kurven trifft. Aber in diesem Fall ist es eventuell doch anders gekommen, als man sich das gewünscht hat und als man sich das gedacht hat. Und jetzt möchte ich Ihnen diesen wunderschönen Film abspielen. und jetzt will ich den nächsten Mal. Wir fliegen zum Mond. Ich glaube, wir sind bei Elon gerade am PC. An der Stelle muss man wirklich dazu sagen, dass es einer der meist vorkommenden Unfälle im Laufe einer Rennkarriere und diesen macht jeder mal, okay? Für uns ist es immer einfach, sich hier hinzusetzen und das zu bewerten. Im Auto zu sitzen und Runde für Runde den Bremspunkt zu treffen, den der andere macht oder irgendwo zu überholen, ohne dass es ein Dive ist, ist gar nicht so einfach. Denn dazu braucht man eine gewisse Fähigkeit und diese Fähigkeit nennt sich in der Regel Geduld. Und manchmal hat man keine Geduld und man sieht Lücken, wo keine Lücken sind. Und auch hier an der Stelle würde ich sagen, war eine Lücke da, die nicht da war und auch hier ist es nicht schlimm, dass das mal passiert, weil man muss einfach Erfahrungen sammeln. Und wenn man aus so einer Erfahrung lernt, irgendwann wird man ruhiger und kann das besser einschätzen. Also auch hier überhaupt nicht schlimm, dass da mal geschnüffelt wurde. Ich meine, guck dir mal den sexy Hintern an von dem McLaren. Wer möchte da nicht dran schnüffeln? An den beiden Röhrchen. Oh, mal so richtig schön den Zinken reinhalten. Oh, ja! Aber hier an der Stelle gibt es auf jeden Fall eine kleine Strafe dafür, denn das war ein bisschen zu hart geschnüffelt. Ist auch causing a collision mit einem Rennen. Das sind 0,6. Abzug. Zagack! So, meine Damen und Herren, ich muss jetzt hier mal für Sie also eine kleine... Ich muss mal eine kleine Rakete zünden. Ich zünde einen Knaller. Wir waren zwei Monate nicht da. Wir haben zwei Monate Urlaub gehabt. Wir müssen Sie ja auch jetzt erst mal wieder ein bisschen auf Touren kriegen. Ne? Valencia. Valencia, meine Damen und Herren. Mh! Und ich muss jetzt gerade mal wirklich kurz schauen, ob wir das Material hier so in dieser Form auch verwenden können, ohne dass hier jemand zu Schaden kommt und über den Marktplatz gescheucht wird. Das sieht erst mal aktuell sehr gut aus. Folgendes Szenario spielte sich hier ab. Mh! Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrer Angebeteten auf dem Weg in die Shopping Mall. Und es ist Black Friday. Angebote über Angebote. Sie sind auf der Straße unterwegs und Sie merken, wenn Sie um sich rum gucken, meine Herren, ist das hier voll. Jede will in in das Einkaufszentrum. Und die Ampel geht von Rot auf Grün. Und alle Leute, wirklich alle, mindestens mit einem Sportwagen unterwegs und die machen und es geht los. Aber Valencia ist ja gut gebaut. Valencia ist jetzt nicht wie die A20. Dreispurig, üppig gefüllt, gut asphaltiert. Ne. Valencia ist ja mehr so die Brücke in Leverkusen, wo die eine Spur noch kleiner ist als der Fahrradweg in den Niederlanden. Und in den Niederlanden, egal wo, alle Fahrradwege sind größer als die Strecke über die Brücke in Leverkusen. Auslaufzone zwar vorhanden, aber nicht gerne gesehen. Und folgende Ereignisse spielten sich an diesem Black Friday ab. Sie werden es nicht glauben, aber gucken Sie es sich an. Sie werden es nicht glauben, beim Leverkusen. Der Weg mit beim Leverkusen. Gerichtshelfer Z-Alex, stellen Sie bitte Ihre Frage. Wer reportet da wen? Der McLaren, den McLaren. Also dieserjenige Mensch hier reportet folgenden, Moment, diesen Herrn. Im Grunde genommen reporten sich da alle untereinander. Nein, aber Spaß beiseite. Dieser Herr hier wird reportet von dem Außen, von dem McLaren. Das ist wirklich maximale Verwirrung. Man muss dazu sagen, aber auch hier, man muss Menschen auch mal wirklich in Schutz nehmen. Ja, hier auch an dieser Stelle. Es wurde geliftet und es wurde auch, man kann hier schon sehen, es wurde schon die Bremsung initiiert, nur leider ein bisschen spät. Und auch hier würde ich wirklich darauf gehen, dass es fehlende Erfahrung ist. So, weil wenn man sich das jetzt anguckt, es wird geliftet, es wird super früh reagiert, aber zu spät, ne, jetzt nochmal, geliftet, aber nicht committed auf der Bremse. Das ist so, ah, geil, eigentlich nee, eigentlich ja, ich weiß auch nicht, Mama, gehen wir jetzt rein, gehen wir nicht rein, gehe ich jetzt nach links, fahre ich nach rechts, wo will ich jetzt hier eigentlich hin? Und das macht für mich immer so ein bisschen den Eindruck, als wenn ein bisschen Erfahrung fehlt. Weil meine Wenigkeit, ich wäre jetzt kackend reist, entweder wäre ich links reingeballert oder ich wäre rechts rübergefahren, oder ich hätte gebremst. Aber hier ist ja weder noch passiert. Und ich denke, es ist auch an der Stelle schwierig, das einzuschätzen. Nichtsdestotrotz entsteht hier durch ein Massencrash und das gibt einen Urlaubsschein. Das gibt einen Urlaubsschein von drei Tagen. Ja, weil da sind sehr viele Leute in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber hier an der Stelle möchte ich auch nochmal was Lobenswertes sagen. Auch der McLaren, der hier abgeschossen wurde, der steht permanent auf der Bremse. Also er versucht wirklich das Schlimmste zu vermeiden. Ich meine, was soll er vermeiden? Soll er durch die Wand gepresst werden? Nee. Also an der Stelle immer schön Bremse halten. Und wenn man das nicht wirklich, wenn man sich nicht sicher ist, ob das vorne zu schnell oder zu langsam ist, oder ob ich hinten rauf kann, lieber einmal mehr und Döller bremsen als zu wenig und zu spät. Damit genau das hier nicht vorkommt. Das ist aber, leider Gottes, ein Massencrash. Und ein Massencrash ist einfach drei Tage Urlaub. Drei Tage einen Jelbenschein haben wir im Angebot. Und das wird zu den Akten gelegt mit drei Tage Pause. Das Gericht hat gesprochen. So, wollen wir jetzt nochmal eine Rakete zünden? Na, das machen wir am Ende. Na, wir zünden am Ende noch eine Rakete. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Wir haben wirklich ein wunderschönes Potpourri. Aber wir sind jetzt auch hier an der Stelle nochmal in Valencia unterwegs. Wir sind in Valencia unterwegs, meine Damen und Herren. Uh, es ist so ein bisschen, stellen Sie sich so ein bisschen romantisierten Abend vor. Der Himmel ist so leicht dunkelblau. Am Horizont können Sie so ein bisschen, ja, ja, das geht schon so ein bisschen ins Rosé. So leicht rötlich. Die Sonne brennt noch so ein bisschen am Horizont. Sie stehen auf der Tribüne. Sie haben Ihre Dame im Haus oder einfach nur ein Bier oder ein Vino. je nachdem, wie Ihnen jetzt gerade so zumute ist. Ich weiß ja nicht, wie Sie drauf sind. Und an Ihnen vorbei rast das eine oder andere Fahrzeug. Und just in diesem Moment, als Sie anfangen wollten, Ihren Partner beziehungsweise das Bier zu küssen, passieren vor Ihren Augen folgende Dinge. Denn von Romantik sprechen wir nicht. Es wird angefasst, aber nicht mit Romantik. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Ich spiele das Filmchen für Sie ab. Wir haben keinen Ton. Geben Sie mir einen Moment. Jetzt. Klassiker. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, also ich versuche Ihnen das ganz kurz nochmal mitzunehmen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der McLaren eine ganz dringliche Nachricht hatte für den Lamborghini und der Lamborghini wirklich so schnell war und vor dem McLaren weggefahren ist und der McLaren wirklich mit aller Kraft aus seinem Fenster geschrien hat, um Ihnen mitzuteilen, dass seine Frau schwanger ist und er bitte ins Krankenhaus soll, um zu rechtfertigen, dass er da gerade an der Stelle reingeht. Was anderes kann ich mir an der Stelle wirklich nicht erklären. Hier sieht man auch wirklich, es wird mit Biegen und Brechen Versuch. Er wollte es ihm einfach mitteilen und daneben kommen. Er hat es aber nicht geschafft. Und dann ist er, haben Sie sich leider ein bisschen zu spät kennengelernt. Ich hätte trotzdem liebend gerne ein bisschen weiter geguckt, um zu schauen, was der Lamborghini noch macht. Aber auch hier, das sind alles Unfälle, da könnte man jetzt raufboxen und sagen, boah, was für ein Vollidiot, Arschloch, reindeifen, dies, das, anerdas. Am Ende muss man Erfahrung sammeln und seine Limits kennenlernen. Und seine Limits lernt man nur so kennen, Strafe muss am Ende trotzdem sein und das wird es hier auch geben. Es ist aber nicht Runde 1, sondern es ist hier an der Stelle Runde 5 gewesen und es ist Causing a Collision und das macht, na, wer hat den Katalog studiert? Wer hat den Katalog studiert? Was gibt es jetzt hier auf die Nase gestempelt? Schreiben Sie es doch einfach mal bei YouTube in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, dass Sie sich die Videos auch angeguckt haben. Sie können auch abschreiben bei Ihrem Nachbarn. Der hat es nämlich hier, 22 Liegestütze, was ist das hier? Sollen wir Arnold Sim Racer werden oder was haben Sie sich jetzt dabei? 22 Liegestütze, ich glaube es kracht oder was? 22 Liegestütze. Hätte ich jetzt nicht beim Arzt Schulterprobleme und ich dürfte drei Wochen keinen Sport machen, würde ich die jetzt hier runtergehen und 22 Liegestütze machen. Kann ich aber nicht. Schönste Ausrede, EU-West. ein paar andere oder was ist das? Ich liebe es. Das war's, Wahnsinn,